Scheiße Wir haben das einfach mal aus Ich kann es nicht lernen Achso, da muss ich erst bei einem Rassendreher noch sein Na gut, dann machen wir erst mal Ich muss ein bisschen mehr schaden, na, sieht nett aus Ach, ich muss dann mal in die Stadt zurückfallen Vielleicht finde ich da mal einen besseren Bogen oder so Ach, komm Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich jetzt noch länger brauche für die Viecher Ich mache eigentlich eine Armbrust, das ist irgendwie besser Gib dir mal noch 6 EV Ich habe ja bloß das Ding noch Ich kann es mal ausprobieren Probieren wir das mal aus Damit kann man auf jeden Fall viele Hits machen Oh, das ist gar nicht so schlecht Geht ganz gut ab Wenn man das macht Das ist halt zwar nicht schwer, aber ich habe es mir einmal noch rumliegen Ich habe noch mehr Hits, umso besser Ich habe noch mehr Hits, umso besser Jawohl Jawohl Wir müssen neue Stürungen Südwesten wieder laufen Stürgen Südwesten Damit wir in die Stadt zurückkommen damit wir in die Stadt wegkommen Ich muss etwas auf den Weg zurückkommen Ich habe nicht eine Abenteuerung Ich bin ein bisschen besser. Ich bin ein bisschen höher. Naja, ist ja gut. Ich glaub. So kämpfen wir uns erstmal noch durch die Nacht. Gucken wir erstmal, ob man damit irgendwas mehr angeht. Was ist das? Eine schwarze Katze. Aber einfach machst du keinen Schaden mit dem Ding. Da tust du bloß über Hits arbeiten hier mit dem Ding. Also wir laufen jetzt gleich über den Berg hier. Sehr gut. Was ist das für eine? Was ist denn das? Oh ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Nicht so. Da vorne ist zwar ein Feuerhorror. Was ist das für einer, das ist ein Lieber. Lauf, 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 lauf. Das ist immer schwierig alleine hier. Sind das Bunny. Jawoll. Ja man, zwei Erfahrungen. Das ist ja zwei Erfahrungen näher zum Level 5. Lalalalalala, weiter Richtung Südwesten. Und so sind solche kleinen Scheißviecher. weiter. Das ist jetzt eine schöne Nacht, ne. Das wird so schleichend. Und so ist das für eine gute Nacht. Den Regen haben wir gefunden. 1,3. Das ist ein bisschen besser. Na ja, am Anfang ist es halt ein bisschen schwieriger. Das wird dann erst mit der Zeit besser. Sehr schön. Die Bullen eigentlich auch schön liegen. Sie sehen nicht so aus. Sie sehen böse aus, die Viechers. Ja. Sie sehen böse aus. Südwesten. Kletterung. Schön einsammeln, was ist das? Das war ein Lieber. War einer meiner Freunde. Ja ja, ist ja gut. Ein Erfahrungspunkt. Na ja, am Anfang. Was will ich mal am Anfang anderes machen? Außer Monsterschnetzel. Oh, ich bin schon leicht vorbeigegangen. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Auf jeden Fall kann man uns da mal hier und so ein... Ich habe mich ein bisschen informiert über die Tiere fangen. Kann man uns mal solche Süßigkeiten kaufen. Man kann uns mal so eine schwarze Katze oder sowas fangen. Müssen wir mal gucken, was wir haben. Kann man gut auf der Seite... Auf der Wiki-Seite von Cube World nachlesen. Cube World-Wiki.net heißt die, glaube ich. So macht man das. So geht Farmen. Guck mal, hier unten noch ein paar Körpers aufsammeln. Ah, haben wir schon genug. Jetzt gleich so ein Innendecker, muss man schnell die Zeit wieder vordrehen. Hallo. Hm, ah hier. Uhu. Ja, 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 ja. Müssen wir doch. Hallo. Oh, verwirrt. Gehen wir uns mal in den Draid-Distrikt. Wo ist er? Ein bisschen lang zoomen. Pet-Distrikt. Gibt's auf jeden Fall Pets hier. Diese schwarzen Katzen, gern mal zum Beispiel. Die Kameraführung hier in Häusern ist... ...noch ein bisschen... ...verbesserungswürdig. Wo ist der Draid-Distrikt? Crafting Draid. Okay, ja, also wir müssen in die Richtung. In die Richtung. Mama. So schön, hier ist die Lupe. Da hinten, vielleicht bei der Flasche. Gehen wir mal in die Flasche. Ne, erst mal hier einen Waffenladen. Wir sehen, was wir da so finden. Hallo. Zum Glück ist es nicht nervig. Was haben wir hier? Mage. Verkraft er überhaupt nichts für... Na doch, da hat er einen Bogen. Damage 9,7. Da hat er noch einen Boomerang. Power 24. Ich weiß nicht, ob das mit dem Power bedeutet, dass es Level ist. Ich glaube, so ist das gemeint. Was ist das? Power 14, ja, das kann nicht sein. 10. Hab hier 3,8. Gritten, 3,8. Tempo 1,6. Gar nicht so schlecht. Haben wir noch... Was ist das? Das ist ein Schwert. Bogen. Bogen, 3,7. 2,4. B5,7. Wie viel Schaden macht der jetzt? Ja, kauf mal den mal. Left Weapon. Also kann ich jetzt bloß hier. Ja, genau. Gut. Dann machen wir es so. Okay. Das heißt ja genau sowas. Gehen wir weiter. Hallo, Hündchen. Gucken wir mal, ob man hier in dem Tränkelladen oder in diesem Flächchenladen vielleicht Siedrigkeiten kaufen kann, die man seinem Tier füttern kann. Oder sowas. Ne, da hat bloß Bombenformeln. Hier Bubblegum hat er bloß. Müß ich jetzt mal direkt gucken. Das hier, das kann ich auf jeden Fall noch nicht. Ich kann es zweimal behalten. Bubblegum. Ich würde brechen mal kurz die Aufnahme und gucken nach, woher Bubblegum ist. So. Also ich denke schon, dass man es kaufen kann. Das ist hier für einen Collie. Für einen Collie. Ich kann mal bis einmal kaufen. Gut. Gut zu wissen. Warte mal hier. Da war doch gerade ein Collie. Ich habe einen gesehen. Irgendwo direkt davor. Oh, hier irgendwie zwischen den Marktständen. Ach, da ist er. So lange, bis das Herz groß ist. Yay, jetzt haben wir unseren ersten Collie. Cool. Na, das ist doch super. Hallo, Collie. Jetzt durfte er eigentlich auch. Awww. Rideable. Oh, ne, da wollen wir natürlich ausfassen. Komm, mein Collie. Was ist denn süß? Oh, was ist denn süß?